stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt Milliarden und Millionen Mal opfern mir das großbare Blut und die Blutdrainer dem himmlischen Vater auch für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem gosbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Blutdrainen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat Amen Heiliger Josef, der Vater Jesu Christi und Wache Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria Bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages, diese Nacht Liebesakte, Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig Wir lieben euch, rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Pullschlag tausendmal wiederholen zu dürfen Williger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht Wir brauch uns eine Herberge für die Liebesflamme in den Herzen der Menschen zu finden Amen Herzenstausch mit Jesus und der Heiligen Jungfrau Maria Allerheiligste Jungfrau Maria Tausche bitte mein sündhaftes, wankelmütiges Herz aus gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz Damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kann Erfülle meine Bitte, du gute und getreue Jesus Damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst Amen Goldenes Ave Maria, wie der Heilige Gertrud offenbart Sei gegrüßt, du weise Lilia, der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit Du leuchtende Rose, himmlische Anmut von welcher der König der Himmel geboren und genährt werden wollte Nähe unsere Söhne Mit göttlichen Einströmungen Amen Das mächtigste Heilungsgebet Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt gesandt hast, um mich zu retten und zu befreien Ich vertraue auf deine Kraft und Gnade, die mich stürzt und wiederherstellt Lieber Vater, berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen, denn ich glaube, dass es dein Wille ist, dass es mir gut geht, meinem Verstand, Körper, meine Seele und meinem Geist Ich bedecke mich mit dem allerkostbarsten Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus Von der obersten Stelle meines Kopfes bis zu meinen Füßen Entferne alles, was in mir nicht sein sollte Entwurzelle alle ungesunden und abnormalen Zellen Öffne verstopfte Arterien oder Venen und stelle beschädigte Bereiche wieder her und fülle sie wieder auf Entferne alle Entzündungen und beseitige jede Infektion durch die Kraft des kostbaren Blutes Jesu Lass das Feuer deiner heilenden Liebe durch meinen ganzen Körper gehen, um zu heilen und alle kranken Bereiche zu erneuern Damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast, so funktioniert Berühre auch meinen Verstand und meine Emotionen, selbst die tiefsten Nischen des Herzens Durchstrenke mein ganzes Sein mit deiner Gegenwart, Liebe, Freude und deinem Frieden Ziehe mich immer näher zu dir, jeden Moment meines Lebens Vater, fülle mich mit deinem Heiligen und befähige mich, deine Werke zu tun Damit mein Leben deinem Heiligen Namen Herrlichkeit und Ehre bringt Ich bitte dies im Namen des Herrn Jesus Christus Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen Wir bitten dich, erhöhst es gut, die dreifältige, barmherzige Liebe, komme allen Menschen zugute Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen Wir bitten dich, erhöhst es gut, die dreifältige, brennende Liebe, komme allen Menschen zugute Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen Wir bitten dich, erhöhst es gut, die dreifältige, blutende Liebe, komme allen Menschen zugute Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen Ehre sei der dreifältigen Liebe, von nun an bis in Ewigkeit, Amen Abendgruß zum heiligen Herzen, Jesus Den letzten Gruß der Abendstunde sende ich zu dir, o göttliche Herz In dein heiliger Liebeswunder senke ich des Tages Freude und Schmerz O Herz der Liebe, dir Vertraute, am Morgen ich des Tages lasse Und nicht umsonst ich auf dich baute, voll wohl du mich gesegnet hast O habe Dank für deine Güte, die schützend mir zur Seite stand Auch diese Nacht mich treu behüte, durch deine Segen Engels Hahn O göttliche Herz an meine Sünden, bereue ich aus Lieb zu dir O lasse mich Verzeihung finden, schenk deine Lieb aufs Neue, mir Herz Jesu, ähnlich ich empfehle, auch alle meine lieben dir Verschütze sie an Leib und Seele, die Gute sie erwiesen mir In deiner heiligen Herzenswunde schlafe ich nun sanft und ruhig ein O lasse in der letzten Stunde mir, einer Himmels Vorte sein, Amen Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit, Amen Maria mit dem Kinderling, uns allen deinen Segen gib, Amen